Olle Gunnar Olle Gunnar braucht sich nicht genieren, denn er ist halt so, ja er ist halt so. Er geht ins Kino und sieht auf, er hat die Muppets und die Walton-Scan und er hat ein Handy mit Freisprechanlage und im Auto auf der Hutablage einen Hund, der mit dem Kopf wackelt, ein Produkt, das wohl gut gefällt. Ja, so ist er, ja so ist er. Olle Gunnar Fidiestel, Olle Gunnar Fidiestel, Olle Gunnar Fidiestel, Olle Gunnar Fidiestel, Olle Gunnar Fidiestel. So ist er, Olle Gunnar Fidiestel. So ist er, Olle Gunnar Fidiestel, Olle Gunnar Fidiestel. Olle Gunnar Fidiestel, Olle Gunnar Fidiestel. Olle Gunnar Fidiestel, Olle Gunnar Fidiestel. Olle Gunnar Fidiestel, Olle Gunnar Fidiestel, Olle Gunnar Fidiestel. Vielen Dank.